hallo und willkommen zurück bei eco oder eco oder wie auch immer man das nennen soll wir waren dabei ich bin zu hungrig für die arbeit wir waren dabei hier das zeug hier rauszuheben auszuheben dann machen wir jetzt auch schön weiter ich hoffe natürlich dass wir diese folge das auch schaffen werden unsere workbench ist noch fleißig am werkel ich weiß gar nicht ist ja server ab der weiter läuft wenn wir draußen sind wahrscheinlich aber ich weiß es ja nicht um einfach so die scheint fertig zu sein schön dann können wir den rand schon mal machen oder sollen wir erst mal das hier fertig machen wir haben uns ja schon ein bisschen erweitert also wir haben ja hier die gegend schon ein bisschen erweitert kann man sagen schöne range da zack auf die gänse blümchen weggedickt ein sprung gerade so geklappt wir haben anscheinend den 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 skill auch geschafft hier oben links das ding das auf einmal weg gewesen habe ich gar nicht gemerkt zwar einfach weg so das heißt wir müssen noch eine rolle schießen dann brauchen wir aber erstmal skills ich habe keine ahnung scheint ein bisschen härter zu sein hier skills zu bekommen also ich habe bis jetzt kein level ab gehabt oder so ich weiß auch gar nicht wie wir das bekommen oder wo man das sieht bis zum nächsten level ach du scheiße gibt es aber viele wir sind ja noch dabei dauert ja ein bisschen ja gut wir sind ja noch dabei dauert ja ein bisschen ja gut wir sind ja noch dabei man jetzt ist irgendwie so ruhig hier wenn dieses tück 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 da weg ist schon wieder zu hungrig sonst machen wir einfach mal ein lagerfeuer ich habe stufe 1 schon gelernt aber da muss ich auch einen baum fällen am liebsten würde ich erstmal bäume anpflanzen bevor wir nachher alle bäume weg geruppt haben und es gibt keine bäume mehr ach kacke egal da bauen wir drum rum die schaufel geht nachher auch noch kaputt das wäre kacke aber gut viel ist es ja nicht mehr ne das ist nur noch die hälfte kann man sagen das muss schneller gehen und dann habe ich auch einfach hier so hingehen ach egal muss ja nicht alles symmetrisch sein sieht viel natürlicher aus wenn es einfach mal irgendwo so ein kleine dings gibt ach scheiße egal so haben wir es fast geschafft aber wenigstens haben wir ne range ne also so 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 meine güte das ist das ist hier wirklich harte knochenarbeit hast du so auch so 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 eine energieverschwendung es geht ja mal gar nicht schön weggedickt ich mach bestimmt auch irgendwas falsch so den boden haben wir jetzt aber weggeruppt jetzt können wir erstmal platzieren meine güte die schaufel fast im arsch jetzt machen wir erstmal den rand collect 20 jetzt haben wir fast den rand einmal sieht doch eigentlich ganz jude aus und 11 schon keine dings jetzt müssen wieder bäume fällen ich habe ein skill punkt ist ja cool aber wir bauen jetzt erstmal hier ein campfire so zehn steine ach so jetzt machen wir kommen dann machen wir die hier erst mal weg so was ist denn ein stockpile überhaupt vor large items ist was wir machen einfach mal auf dem stockpile einfach so es braucht denn den farm table dreck okay oder das lassen wir jetzt erstmal so so jetzt können wir aber das hier erstmal machen eine spezialisten dings hier sie ging oder koch so eben Hier ist das dann hier sind wir ich würde aber lieber hier auf gathering gehen ach das kostet fünf punkte hier das können wir auf level 1 machen jetzt haben wir den zumindest jetzt müssen wir den hier noch machen verdammt dann gehen wir wahrscheinlich auf den carpenter aber das kostet alles fünf punkte das heißt ich muss jetzt erst mal fünf punkte kriegen damit ich das machen kann na gut wenn wir den doch nicht machen dauern ein bisschen das heißt ich muss jetzt erstmal holz fällen kommen wir nehmen jetzt doch den baum hier ich hoffe ich kriege irgendwie seeds oder so doch schon wieder voll hallo ist was habe ich mit denen hier ach komm essen wir einfach zag gegessen die roten essen wir natürlich nicht müssen gleich erstmal wieder essen holen wir hatten erstmal hier den baum klein mal kommen er lässt sich nicht shoppen ah geht doch dann bringen wir das mal da rein naja hier liegt wieder so viel müll rum tun wir mal den ganzen müll weg jetzt muss ich jetzt muss ich erstmal essen holen verdammt hier 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 bei essen futter hier ist noch mehr so haben uns alle gesnackt nehmen die anderen aber schon mal mit ich bin sowieso voll ok erstmal wieder rein wieder der ganze müll hier weg mit dem dreck schon wieder zu voll gegessen dann essen wir jetzt erstmal wieder alle von unseren was ist das überhaupt beete oder rote beete keine ahnung so den rest könnte ich mitnehmen wenn ich genug platz hätte aber wieder schön das ist erstmal hier wieder voll und dann werden wir gleich sehen ist direkt wieder nicht genug so den baumstamm müssen wir natürlich auch noch weg machen krass viel zu viel viel zu viel ja rennen kostet auch energie sehe ich gerade aber wir müssen ja schnell unterwegs sein so das dauert jetzt wieder 100 jahre den baumstamm hier weg zu machen ich dachte ich müsste noch mal essen aber geklappt das ist doch schön so dann gucken wir hier erstmal rein zehn steine vier dann haben wir schon mal den campfire wir müssen ja noch irgendwie eine tür machen keine ahnung wie man eine tür macht so müssen wir einmal so ein tisch muss auch mal machen können wir zumindest möbel machen so muss doch weil es schon mal fertig aber wir platzieren jetzt erstmal das lagerfeuer das sind erst mal okay hier cool er ist okay wir platzieren das jetzt erstmal hier hin und jetzt beginnen das bohnen so müsste ich erstmal bohnen hier das wäre eine hase hier könnte man korn machen okay hier kann man aber richtig krasses zeug schon machen was haben wir denn hier was ist das denn chariot pitch das könnten wir machen fiber pitch könnten wir auch machen ja boden haben wir keine müssen erstmal finden jetzt haben wir uns ein lagerfeuer gemacht ohne dass es was bringt geil so jetzt haben wir aber einen stockpile und dann setzen wir mal nach hier einfach ach hier kommen jetzt ressourcen drauf sieh mal einer an das tun wir mal stein drauf sieh mal einer an das ist doch cool hallo das könnten wir jetzt mit jeder ressource machen oh nein ich sehe mir schon kommen jetzt habe ich für jede ressource dann so ein stockpile ach du scheiße das ist auf jeden fall viel geiler mit platzieren auch kommen für holz machen wir das jetzt auf jeden fall auch also das das ist ja das mindeste also ich meine das ist purer luxus ist das ach guck diese gibt es dann auch im storage natürlich cool aber die kann man doch noch aufeinander stapeln oder also ich nehme an dass man das aufeinander stapeln kann hoffe ich doch weil da kann man das auch umbenennen tatsache stein komm mach hin da jetzt wieso dauert das so lang so das machen wir hier natürlich daneben hallo perfekt das nennen wir jetzt mal in holz da tun wir jetzt erstmal das ganze holz rein na guck mal das ist doch viel angenehmer als sie so einzeln zu platzieren viel angenehmer so und das teil werden jetzt natürlich auch umbauen so und das setzen wir jetzt ja komm setzen wir mal hier an die wand dran was ist das denn hier remove wir setzen hier jetzt aber mal weil das ist ja jetzt unser haus drop waypoint so machen wir grün so schön hier muss natürlich noch der boden gemacht werden wobei es sieht aus wie so ein grüner teppich schick wir müssen immer noch die huckleberries finden ja komm wir haben jetzt die ganze zeit gebaut wir rennen mal ein bisschen rum wobei ich brauche erstmal eine truhe noch eine truhe baue ich noch die war ja hier unten irgendwie hier ach brauche ich basic crafting so ein mist ähn baue ich es doch noch nicht dann gehen wir erstmal weiter ja dann soll der erstmal wieder hier baue nochmal 10 stück in der zeit wo ich weg bin 20 schloss wir kommen jetzt gern zack perfekt das war auf jeden fall cool dass wir das gemacht haben das gefällt mir jetzt kann ich nicht laufen weil ich wahrscheinlich hunger habe ich will aber mein korn nicht essen das heißt wir müssen jetzt hier irgendwas finden was wir essen können und zwar das hier und jetzt essen wir das so jetzt kann ich wieder laufen perfekt da da hinten ist mein haus können wir die sammeln ne kann man nicht schade was ist das denn schnee ist das schnee hat sich zumindest so angehört als ich drüber gelaufen bin ein bison hier kommen wir zoomen mal hier ein bisschen raus wo bin ich denn weißt du was wir haben doch hier dieses ding ne huckleberry so müsste es hier so in die richtung geben okay ein hirsch boah da ist ein loch oder so alter was ist denn das für wir müssen hier runter wir müssen hier runter naja schade hier was ist denn hier hier ist so grünzeug aber ne tomaten gibt es hier hier gibt es auf jeden fall pilze ah hier so jetzt haben wir huckleberries gut jetzt können wir eigentlich wieder zurück gehen wir haben am besten noch ein paar mit jetzt muss ich hier choose a roll machen dafür muss ich aber erstmal ein level fünf skill punkte kriegen wobei was ist wenn ich hier hätte ich nicht skillen sondern nicht doof jetzt wird das hier mein ganzes leben anstehen bleiben oder was oder was ist wenn ich den hier weg drücke es gibt jetzt das haben wir jetzt geskippt gut open the skill menu ok show all fashion notes engineer wie cool ist das denn ich will ein engineer sein scheiße ist das denn kleidung ich glaube ich muss dass wir mehr lernen können einstellen im server ein research table hier muss ich jetzt bauen das heißt ich muss ein research table bauen dann kann ich noch mehr lernen ok sehr cool gemacht so wie komme ich zurück am besten den wenn ich den direkten weg gehen naja da komme ich doch nirgendwo hoch oder aber hier noch die ganzen huckleberries einsammeln ja komm wie die musik leiser wird boah da komme ich noch niemals drüber huckleberries 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 hier gibt es viele ach scheiß wie soll ich denn da hochkommen egal wir gehen jetzt erstmal zurück komm jetzt habe ich auf jeden fall ein bisschen essen eingesammelt ich überlege sollen wir ein paar steine mitnehmen und das holz das trägt er da so rum die steine nicht also der trägt das da zwar schon rum aber du siehst die nicht wie er die trägt ich glaube 20 stück so das heißt einen können wir noch gegönnt hier sind auch noch steine auch da war ein fliegender baum schön schön bald haben wir den boden fertig wird zwar noch eine weile dauern aber bald haben wir sie schafft so der research table wo ist der denn hier er fordert basic crafting so okay den sollte ich gar nicht bauen na gut dann brauchen wir noch mal zehn von denen also brauchen wir noch mal 20 holz so jetzt müssen wir auf unseren nächsten task warten aber auch schön dass wir das lagerfeuer immer wieder abbauen können dass es nicht kaputt geht so tun wir mal ein paar tomaten hier rein erstmal hier ein bisschen sortieren ich würde gerne eine tür bauen müssen auch irgendwo bohnen finden weil im moment kann ich tatsächlich nichts kochen doch wenn ich kaum hätte warte doch hier das braucht aber campfire cooking 3 also das es wäre cooler wenn man das sortieren könnte weil ich meine hier ist mal 34 und dann hast du hier 1 was haben wir überhaupt was haben wir überhaupt campfire cooking also wir haben level 1 so das heißt das hier könnten wir so oder so kochen haben wir irgendwas hier level 1 fisch fleisch hier das können wir machen machen wir mal ah ne wir haben nicht genug äh corn also weed bauen wir jetzt noch ein bisschen boden da haben wir fast den boden fertig das ist doch schon mal was aber ich würde sagen das war's für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao uuuu uuuu uuuu